Ganz nebenbei mache ich gerade eine interessante Erfahrung und zwar habe ich ja Klitonschnecken gehabt in meinem Rio und wie man hier sehen kann, habe ich die jetzt hier in das Garnelenbecken gesetzt und sie ist jetzt tatsächlich aus dem Wasser rausgekrochen, aber nicht so, dass sie jetzt vertrocknen würde. Sie hat hier nämlich in dem Becken die Möglichkeit in diesem Bachlauf, wo übrigens jetzt gerade auch ein paar Garnelen drin laufen, einfach drin rumzuklettern, wie sie möchte, ohne auszutrocknen und ich finde das gerade spannend, dass sie jetzt außerhalb des Wassers sitzt, habe ich so auch noch nicht beobachtet. Also auch dieses Aquarium gibt es immer noch und hier passieren interessante Dinge und ich hatte schon überlegt, das aufzulösen, aber ich glaube, ich lasse es noch ein bisschen so weiterlaufen, das Aquarium. Ich finde es gerade wieder interessant.